Perché scegliere Cleo Feffinati? Perché Tessuti Naturali, Made in Italy 100% ist ein grandissimo Amore che andiamo a scoprire insieme. Herzlich willkommen! Wir sind alle drei, aber wir sind zusammen mit euch. Wir sind da und wir lieben sehr, was wir machen und mit euch teilen. Und das bedeutet Naturvase, 100% Made in Italy und eine Geschichte von 30 Jahren. Still talking about Cleo Feffinati, that means 100% Made in Italy, means natural fabrics and means a lot of things we want to tell you once more. Cambia molto la luminosità della vera seta dagli acetati e il poliestere. Come vedete questo per esempio è un abito della linea Luxury, dei best seller Luxury, quindi diciamo i capi che raccontano di noi veramente già da anni e per sempre perché sono delle opere d'arte realizzato tutto in seta naturale 100%. La luminosità garbata della seta, guardatela! Bei Naturvase haben wir die Möglichkeit wirklich Spitzleistungen zu erreichen. Unsere Luxury Collection ist etwas für euch gemacht. In diesem Sinne haben wir hier eine Anfertigung in total Naturvase und es ist optisch sichtbar. Es ist sichtbar und der Unterschied mit Poly, mit Kunstvase ist bei Empfindlichkeit aber auch sichtbar so sichtbar. So, as I told you before, it's all natural. And what's the difference between natural fabrics and how would I say, like the rubber ones? The difference is like, when you have 100% silk, you've got that kind of natural brightness on the suit that makes it very gorgeous. I mean, it's not that fake brightness you see on some suit. So, this is what Clofifinati is. Antichi disegni, antichi disegni maschili e antiche linee stilistiche reinterpretate in chiave Glamour Dandy, New Glamour Dandy. Ed eccoci qui, Principe di Galles, con questo gusto di questo colore incredibilmente indefinibile, personalizzato con questo prato di rose blu che ci lascia senza parole. Vero? Alessia, cosa dici? Alessia, cosa che vediamo è un Meisterwerk. In questo senso abbiamo il blaio, che è sempre un tutto che, in un... ... 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 Grün in Naturphase mit einem englischen Vichycaro-Effekt für einen Mann, der den die Gentleman aussehen möchte. Ich denke, es ist eine gute Kombination, würde ich sagen. Die Luxury Collection bedeutet natürlich Aufmerksamkeit bei Detail, bei Versierung. Diese Versierung finden wir bei Linien, es ist dieselbe Linie von den Hochwertigen Klassikern, aber es ist eine Entdeckung, Schritt für Schritt, von Details, von offenen Armen bis eine innere Seite, 100% immer im Blau. Vielen Dank! Schaut gut, glücklich, glücklich! Ich nur ins Konti vor, dass du bei diesem Kleine Kuss auf diesen Kleinen Tosi, das typisch. Sie sehen den in anderen Kleines Kuss, aber es sind nicht alle Kuss. Ja, im Bein sehen wir die Kleine Kuss auf! und die großen Klassiken der Kerstin. Das ist der Giglio, das wir auf der Schiene des Frack, des Tite, die Kerstin der Kerstin der Kerstin der Kerstin der Kerstin. Und hier sind wir hier. Eine Skulptur. Wir finden die Linienmotive, die Keller falten und es erinnern uns an den Klassiker. Hier geht es wieder. Die Frau hat bereits gesagt, was ich hatte auf meine Kerstin und es gibt diese Kerstin, diese Kerstin der Kerstin der Kerstin die Kerstin der Kerstin der Kerstin der Kerstin und die Werten der Kerstin der Kerstin nicht. Natürlich ist es wichtig, dass alle Kerstin Kerstin die Kerstin Kerstin aus der Geschichte in den Glamour von heute die Kerstin der Kerstin der Kerstin der Kerstin die Kerstin der Kerstin der Kerstin der Kerstin. Vero? Vero, Ale? Die Schönheit ist sehr wichtig für uns. Und in jeder Linie finden wir eine, wie können wir sagen, eine Verticalität von dem Körper. Es ist sehr wichtig, sehr schlank und schmal aussehen. Ja, so every detail on the Archetypo gives you that fit, that shape that somehow I can say gives you the perfect body. Archetypo è appunto il gruppo che produce tutte queste cose meravigliose und die Firma mit dem KLEUF EFINATI. Vero, Ale? Ja, Archetypo ist der Name von der Firma und deren Marke es unsere KLEUF EFINATI. Alright, so, for those few of you who might not know the difference between Archetypo and KLEUF EFINATI. So Archetypo is the name of our company und Cleo Feffinati ist die Brände, die man sieht auf dem Label. Und wir sehen uns, unter der Schönheit, dieses Blu Prat. Und wir sehen, was da unten ist. Also, wir sehen, was die Gringras sagt, mit diesen Blu Roses. E quindi, ragazzi, fate in modo che il corpo sia il vostro, quello che andiamo a disegnare, vero Gerry? Absolutamente, sì. Wir warten auf deine Körper jetzt. Bene, scegliete quindi Cleo Feffinati, il Made in Italy vero da 30 anni nel mondo. A presto, un abbraccio. Bye.